Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Matthäus 5, Vers 10. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Geliebte Gottes, geliebte Schwester, geliebter Bruder. Nun, wir alle können mit der Kraft Gottes ausgerüstet werden. Es ist wichtig, dass du das im Gedächtnis behältst, denn es wird dir helfen und es wird dich auferbauen in dem Moment, in dem du in Anfechtung, Prüfung oder Versuchung gerätst. Es wird dich stärken, über Paulus nachzudenken, der von sich und einer unzeitigen Geburt spricht. 1. Korinther 15, Vers 8. Paulus war ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist. Sahaja 3, Vers 2. Er wählt von Gott zum Apostel für die Heiden. Epheser 3, Vers 1. Nun, es geht darum, dass du ihn betrachtest als Verfolger, der wütend jene zu vernichten suchte, die die Menschen die frohe Botschaft brachten. Ja, er verfolgte die Jesus und die Auferstehung predigten, das Evangelium brachten zu den Menschen. Seht doch, wie er sich wie rasend ins Zeug lag, um die Menschen ins Gefängnis werfen zu lassen. Er wollte sie zwingen, im heiligen Namen Christus zu lästern. Ja, und dann seht diesen Mann, wie er durch die Kraft Christi und durch das Evangelium von Gott verändert ist. Seht, Gott hat ihn verwandelt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im 9. Kapitel der Apostelgeschichte erkennt man die Besonderheit seiner Berufung. Damit Paulus aber verstand, wie er den Bedürftigen würde dienen können, sagte Gottes Sohn zu Hananias, Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Apostelgeschichte 9, Vers 16 Manche Dinge, die uns widerfahren, sind einfach elementar wichtig, um dann Menschen in genau dieser Anfechtungen, in genau dieser Prüfung oder in dieser Versuchung zu helfen, weil wir von Gott im Heiligen Geist ausgebildet, ja zugerüstet werden. Nun, du sollst nicht denken, dass es darum geht, unter wahren Leiden, also unter Krankheit zu leiden. Nein, es geht um diese Leiden wie Verfolgung, Verleumdung, Streit, Bitterkeit, Beschimpfungen und viele andere böse Arten von Leiden. Aber nichts davon wird dich verletzen. Wenn du erkennst, dass Gott dies benutzt, um es für dich zum Guten zu verwenden, nämlich dich zuzurüsten. Das alles wird dein Feuer heiligen Eifers in dir entzünden, wenn du es zulässt. Um Christi Willen verfolgt zu werden, bedeutet das Vereintsein mit einem gesegneten Volk, mit denen, die unter dem Altar schreien, wie lange noch, schauen Offenbarung 6, Vers 10. Zu wissen, dass wir mit Jesus zusammenarbeiten können, ist ein Geschenk, wahrlich ein Geschenk des Himmels unseres Vaters. Wenn wir also Verfolgung, Anfechtung oder Leid haben, nun freue dich an diesem Tag. Gott möchte Zeugen, Zeugen der Wahrheit, Zeugen der vollen Wahrheit, Zeugen der Fülle, der Erlösung, Zeugen der Befreiung von der Macht und der Sünde und von der Krankheit. Zeugen, die ihr Erbe beanspruchen. Solche Zeugen möchte Gott Vater. Weil die ewige Macht in genau denen bewirkt, die genau das bezeugen können. Das ewige Leben in wunderschöner, herrlicher Weise den Körper erfüllt, bis er voll ist vom Leben des Geistes selbst, vom Leben des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass wir glauben, dass wir solche Diener sein können. Er möchte, dass du glaubst, dass er genau dich dafür verwenden will. Paulus ging auf im Eifer für seinen Dienst. Jene erste Jünger versammelten sich am ersten Tag der Woche, um Brot zu brechen. Nun sieh doch das Bedürfnis nach dem Brotbrechen. Es ist ein wichtiger Akt, den auch wir heute noch tun sollen. Als sie sich versammelten, gingen sie ganz auf in dem Dienst. Es ist so wichtig, dass du verstehst, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann ist es ein Leben, was in dich kommt. Dann ist es eine Begeisterung, dann ist es wirklich ein Feuereifer, dann ist es die Taufe im Feuer und dann kannst du ewig, ewiglich dienen, ewiglich predigen, ewiglich von Jesus und von der Güte unseres Vaters erzählen. Und ganz speziell, das Predigen von Jesus ist jene selige Fleischwerdung, jene herrliche Freiheit von Bindung, jene gesegnete Kraft, die uns von Sünde und von den Mächten der Finsternis befreit, jene herrliche Errettung, die dich vom Tod zum Leben errettet und von der Macht des Satans zu Gott. Wovon ich dir Zeugnis geben kann, ist, solange du die Bibel lest, solange du wirklich im Heiligen Geist für Jesus brennst, dich ihm zuwendest und nur ihm und Gottvater fragst, Was ist dein Wille? Was soll ich tun? Er wird dafür sorgen, dass du übers Wasser gehst. Er wird dafür sorgen, dass du wirklich von den Finsternis Mächten befreit bist. Er wird dafür sorgen, dass du befreit bist von deiner Drangsal. Er wird dich erretten und aus den Händen des Todes freikaufen. Er wird deinen Körper wiederherstellen. Denn es geht nur darum, dass wir uns ihm wieder zuwenden und nach seinem Willen rufen, nach ihm rufen. Und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass das Leiden, welches du hast, in Jesus Christus die Erlösung findet. Schau also auf ihn. Nun lass uns gemeinsam zu ihm gehen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus. Mächtiger Jesus. Als König und Ruhepriester vom Vater eingesetzt, schaue ich in dein Angesicht. Und ich sehe in dir den Vater. Und ich erkenne mich in dir. Heiliger Geist im Namen, Jesus. Führe. Erlöse. Entbinde mich von den Mächten dieser Welt. Denn ich will Zeugnis geben von der Liebe. Von der Größe. Unseres Vaters im Himmel. Ich will Zeugnis geben vom auferstandenen Jesus. Von der Errettung und der Liebe, die in unserem Erbe wohnt. Vater, ich danke dir. Im Namen Jesus. Ich liebe dich. Im Namen Jesus. Und ich begebe mich in deinen Willen. Im Namen Jesus. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben. Eine Inspiration. Und ja, auch eine Hilfe. Wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes. Und vor allem aber in seiner Liebe führst. im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es, Liebe und Frieden. Und den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich. Und den